Ausbrauch Weil es kommt immer was besonderes Oh, das ist wie das Capture to the Flag Okay Das heißt Wir finden das, was man immer erzählt hat So Oh Und anscheinend, wenn man tot ist, ist man tot Oh Hardcore, cool Okay Jetzt weiß ich, wie es funktioniert Wenn der jetzt Boah Nein Äh, hätte er jetzt gewonnen, wäre jetzt richtig geil Aber jetzt weiß ich, wie es funktioniert Okay Man muss fünf Siege machen Wir müssen dann wirklich irgendwie gucken, dass wir zusammenlaufen Okay Da ist er So Zack, zack Nein Nein, nein, nein Boah So Einer ist noch übrig Das könnte lustig werden Verteidigt unseren Träger Wo ist er denn Wo ist er denn Oben, ne Ja Oh, gewonnen Perfekte Runde Uh Das war aber Lack Alles klar Zusammenlaufen war Praktisch gut Dann teilen wir uns mal wieder auf Mist Mist Und die sind nicht erwischt Ja, nicht direkt abgehauen, der Kollege Wäre es eigentlich praktisch gewesen Wäre es eigentlich praktisch gewesen Das könnte spannend werden Wollen wir uns hier bewegen Ich glaube, ich werde es eh nicht überleben Ganz ehrlich Verdammt Da ist er Da ist er Aber das wissen sie Über mir Ist klar Da kommt er jetzt Nein, ich muss jetzt wagen Komm Ich muss wagen Entweder so oder gar nicht Runde verloren Ja Das war scheiße Aber das willst du machen Ist egal Runde vier So Guck mal Alleine läuft er Das ist aber Scheiße So Nein Mich hat es von hinten erwischt Verdammt Zwei gegen vier Letzter Überlebender Verdammt Hinter dir, Kollege Ja Runde verloren Ja, ist schon doof Drei Siege Wir müssen jetzt zweimal gewinnen Dann haben wir schon mal Gleichstand Ansonsten Ein Sieg Und das hat sich erledigt, ne Oder sehe ich das jetzt falsch Wahrscheinlich geht das echt so So Immer lieber Ja, zusammenbleiben Am besten Wo ist der letzte Verdammt, wo ist er denn? Der ist unter uns Boah, okay Ja, die Runde haben wir gewonnen Ah, da geht noch weiter Ich glaube, fünf Siege muss man haben Okay, okay, okay Das kann jetzt dauern Ich denke mal, fünf Siege muss man haben, um zu gewinnen Meist, Mist Der ist down fast Komm Duell Boah, mach uns stolz Mach uns stolz Mach uns stolz Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er Boah Boah Ja, schon mal Gleichstand Alter, ist das spannend heute Ist das spannend So Schon mal was Wo ist er denn? Boah, wie geil ist das denn? Eine Runde Gegnerisches Team Kurz vor der Eliminierung Okay, müssen wir jetzt nochmal Ja Wir müssen noch eine Ich hoffe, wir schaffen das Dieses Zusammenbleiben War so jetzt Von der Taktik her Richtig geil Da Und Da ist er Hier, hier So Einer, komm Einer Ja, perfekt Sieg geholt Alter Hätte ich nicht mit gerechnet Krass Dass er noch den Sieg geholt Und wieder eine Belohnung Ich hab sogar den Daily Ja, einen Abschluss Aber scheißegal Alter, jetzt gehen wir mal raus Hab ich jetzt die zweite Daily geschafft Weil es hieß ja Ich sollte ein Kriegsgebiet Partie gewinnen Und Eine Ähm Arena Partie Perfekt Geil Ey, das war aber auch scheiße spannend Das ist es Nämlich Die Weekend Arena Breakout Also ich glaube Jedes Wochenende passiert was Neues Und wenn man Jetzt 10 Spiele gemacht hat Kriegt man einen Rang Egal ob gewonnen oder verloren Kriegt einen Rang Wie hier Seht ihr bei SWAT Aber Ähm Schon geile Scheiße Schon geile Scheiße Ja Äh Liebe Freunde Ich würde dann sagen Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Zu Äh Halo 5 Multiplayer Das ist geil Macht Spaß Ist doll Wenn es euch auch so gefällt wie mir Dann gerne ein Däumchen nach oben Oder ein Abo hinterlassen Falls ihr es noch nicht getan habt Aber schön wäre natürlich Kommisch schreiben Gefällt euch so ne Schose Gefällt euch äh Alles was ich hier gerade zeige Beziehungsweise Ey das war jetzt wirklich Scheißenspannend Und vergiss bitte nicht Wochenend Gold Paket Tag Ich weiß nicht wann Ich weiß nicht wie oft Aber es wird sie geben Verlohnungspaket Was will ich mehr Daily Win Paket Ich Ich bin glücklich Mehr kann ich nicht dazu sagen Außer wir sehen uns in der nächsten Folge zu Halo 5 Guardians Multiplayer Danke fürs Zusehen Und bis demnächst Das ist nur ein Däumchen Ich bin glücklich Ich bin glücklich